Hallihallo an alle crazy dudes da draußen, wir spielen heute das wunderschöne Spiel Sportshead Football, das ist einfach sehr lustig, wir spielen in unserem 2R Team, mit dabei ist wieder unser MC, Niklas, 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 du musst ein bisschen lauter gehen, man, die Leute hören dich so nicht, Mensch, du bist ja nicht so dicht am Mikrofon wie ich, also wir spielen 2Player, ja, willst du mal deinen ersten Player, du bist Player 1, diese Player gibt's ja alle, muss ich wieder zurück, dann nehmen wir mal den, wie heißt dein Spieler, der braucht auch einen Namen, das ist, glaube ich, wenn ich das Bild richtig interpretiere, ist das, glaube ich, Rüthrullet, Rüthrullet, ja, also, spielen wir Rüthrullet gegen Eugen, Eugen, das ist ein Eugen, also wenn das kein Eugen ist, dann weiß ich noch nicht, also Start, die W-A-S-D-Move, also W-A-S-D-Move, und Space, da musst du mal ein Stückchen rutschen, ja, natürlich, für dich immer, ich gebe ein Schasi-Schnucki-Mutzi-Putzi, also W-A-S-D- und Clear-Taste ist schießen, ich hab die File-Tasten und P, dann muss jetzt die Space-Taste zum und ich wünsche uns beiden viel Glück, wir haben eine Minute Spielzeit, oh Gott, das ist ein bisschen schwieriger zu zweit, ja, aber, ich hab's gestern noch geübt, muss ich sagen, ne, ja, oh, jetzt hab ich Slow-Speed angefangen, ich bin übrigens rechts, wie man sieht, und das eigentlich schon ganz, vielen Dank, das hab ich früher so oft gezockt als Spiel, ja, ich auch, ich hab das auch ein paar Mal durchgeschrieben, ist ja auch jetzt nicht ganz so schwer, ich bin dann mit mir der Passagion nicht schon wieder Slow-Optische, heiliges Bananrohr, heiliges Bananrohr, ja, und das Eigentor, ist es denn the Possibility mächtig dabei? Oh Mann, das ist doch nicht wahr. Danke, Sven, zwei Eigentoren nach 34 Sekunden, jetzt geht aber die Knolle ab, ja, und da heißt, so, 3, 4, oh, Bouncy Ball, das müssen wir ein, ja, Bouncy Ball hier, oh shit, oh shit, oh Gott, oh, ach du Scheiße, Bande, Bande, kann ich sagen, oh, noch 20 Sekunden, und, ey, voll Angriff, voll in die Totale, meine Freunde, meine crazy Dudes, komm jetzt, oh ja, great save, möchte ich mal, great save bei der Goalie, oh, low jump, na, super, ich kann nicht mal, ach, super, ich kann nicht mal hoch springen, ja, und du hast kein, ja, und, schon wieder das Eigentor, nein, oh Gott, ja, und das Tor, das erste aktive Tor, Eugen, Eugen, FTV, möchte ich da sagen, ja, Player 2, das bin dann wohl in dem Fall nicht, sollen wir Best of 5 machen, wir machen Best of 5, natürlich, wir machen 2 Player, sonst ist das natürlich ganz schnell zu Ende, also, möchtest du einen neuen Spieler wählen? Ich bleib so, gut, ich, ja, ich bleib auch bei Eugen, und los geht es, Arrowkeys und P, wie ihr gehabt, aufhören, wir spielen, ich wieder von rechts nach links, und crazy Niklas von links nach rechts, Dropkick, guck mal, jetzt erst Ball hochhalten, und dann, gib mir ein kleines Tor, haha, okay, geil, hab ich mal trotzdem und hoffe, es ist zu sehen, BAM, einmal zweiter Stock, bitte, Herren, Unterwäsche, nein, nein, du kriegst das große Tor, du, nein, ja, schaffst mich, ja, das ist doch nicht wahr, das war ja mal das Tor, hier, die Gäste 1, die Heimmannschaft 0, danke, bitte, oh Gott, hat der Fehler hier, schade mal die Tassenvertragschule, ich hab's nicht, und, 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 der hebt dich, und so ist das lässig, das ist ja Neymars steil hier, steil, ja, Niklas, heute auch noch ein Tor, oder? Scheiße, Mann, ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, also, noch mal, und dann, Hooligan, fang dir den Hooligan ein, ja, ja, oh, schade, ist das ein mistake, oh, komm, Alter, sehr schön, ja, oh, ja, schlägt mal, und freeze, ich bin gefre- im Tor, als Tor wird gefreest, quasi, ja, oh, ich wollte gerade noch sagen, den hab ich, zweiter Viertel kann noch mal schwann werden, auf die letzten drei Sekunden, nee, oh, das wär, oh, das wär noch ein Tor gewesen, lieber Freund, wer schießt denn in der, wer verhaftet in der Vorwärtsbewegung ab, und das war das zweite Spiel, steht zweiter für mich, was sagst du dazu? Na, scheiße. Ja, neun Spieler, vielleicht bringt er die Arme nicht, ich würde mal neun wählen, dann wahrscheinlich. Ja. Mhm. Sehr wie. Ja, ähm, aber ich möchte auch nicht mehr Oli nicht nehmen, dann nehm ich hier hinten her, nehm ich hier den hier, den guten, Jesus. Sieht ein bisschen aus wie Ratschig vom HSV, mit diesem. Na ja. Oh, ein bisschen. Also, auf geht das hier, in eine neue Runde, Oli, nee, ist er reich, Oli. Immer ein bisschen mit. Jesus. Superjump, das wird dir aber nix nutzen, weil... Doch. Jetzt jumpen. Ja, schade, ne? Ich hab auch hier einen super Sprung. Toll, glaube ich, ich hab das super Tor gleich. Riesenball. Ja, ist es denn, der Possibility. Oh, schade. Das ist doch schade hier. Ja, Superspeed. Boah, hab ich überhaupt noch ne Chance hier, gegen diese übernächtige, und das schon wieder das Eigentümer. hatten wir das schon ein paar Mal, ne? Ja. Ja. Warum ist Steven Sieber hier? Bouncy Ball. Oh, jetzt. Alter, brauche ich keine Angst zu haben, aber jetzt. Oh, noch Bombs. Oh, ich kann da nicht vorlaufen. Nein. Oh Gott, das war genau. Oh Gott, Jesus. Ja! Oh, nee. Ja! Du heilig. Oh, noch 19 Sekunden. Wird er das noch schaffen, hier zu biegen, Jesus? mit der Macht des Himmels. Oh Gott. Voll in die, voll in den Eingriff jetzt. Oh Gott. Kommt, Blocky. Und er spricht, oh, das erfährt, das erfährt, das erfährt. Oh nein! Nein! Jawohl! Das wäre hier der Sieg für mich gewesen, wenn ich dieses Spiel entschieden hätte, aber so wird es nochmal spannend, meine Freunde. Meine crazy, oh nein! Was ist denn heute los hier? Aber dann findest du rein, oder? Du hast die ersten zwei Spiele gewonnen, deswegen. Ja, ja. Kann ich jetzt auch mal das Spiel gewinnen. Ja. Ja. Also, es steht jetzt zwei Erd in der Gesamtwertung, ne? Ich bleib bei Jesus, ne, ich bleib nicht bei Jesus, der hat mir kein Glück gebracht. Du bleibst bei deinem? Ja. Ich kann nicht, doch kein Weg. Dann nehm ich mal, den hattest du, ne? Ja. Da nehm ich immer, äh, Rain. Ich weiß nicht, wer das ist. Ah, das ist. Ja. Okay. Oh Gott. Wrong Ball. Wrong Ball. Mhm. Kick the player in the own net. Shit. I want to try it. Und großer Ball. Ähm. Wäre das kein großer Ball gewesen, ich sag mir. Ja. Ist es denn hier die Möglichkeit? Ich gehe jetzt in Angriff, ne? Ist mir jetzt alles... Nee, komm. Was ist denn los? Das friemelt sich ja ein, dachte ich, aber dann... Oh Gott, was machst du denn immer da? Du hast aber auch einen Glück. Like it really? Nein. Och komm, bin ich jetzt hier der... Himmel? Ja. Das müssen wir zendieren. Nein. Was? Komm. Oh. Oh, jetzt bin ich hier aufs Ü geserückt, außerdem vom P aus. Das ist Ü. Ü, 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 ü. Oh. 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 Da komm ich gar nicht dran, was ist denn das ein unrealisches Spiel? It's not a second. Und? Nee, 22. Ja, Bouncy Ball. Und jetzt? Und? Nein. Das ist nicht die Possibility. Ohne Spaß hier. Was ein Comeback. Ja, aber... Nein, ich will eben... Ja, nein. Big Goal. Ich hakte das. Ohne Spaß hier. Zehn Sekunden. Ich schaff das, ne? Bumsebine? Justusbo. Nein! Ja, 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 und der Anschlussdreffer. Wird noch was spannend in der letzten Sekunde? Hashtag Hoffnung. Hashtag Hoffnung und Player One Wins, das ist in jedem Fall gut. Schade, also... Entscheidungsspiel, ne? Entscheidungsspiel. Liebe Freunde, jetzt hier wird das Entscheidungsspiel. Eugen gegen Ronaldo. Eugen natürlich von rechts nach links, der Gewinner wie immer. Und ich würde sagen, Entscheidungsspiel. Gut, geht's los. Schade, das war ja auch ein spannendes Comeback da von dir, ne? Das kann man ja nicht sagen. Ja. Du hast ja natürlich auch Federn lassen, ne? Ja, ja. Das kann man ja nicht anders sagen. Und jetzt? Oh nein, das ist doch... Das ist ja... Was sind denn das hier für Anfängerfehler? Ja, und dann kommt der Ball zu dir natürlich. Aber egal, Eugen kann springen. Ronaldo ist auch bei Wies. Ja, Ronaldo ist ein Wies. Lüppede. Was war das denn? Wiese Freunde. Zum Glück nehme ich hier mit so viel FPS auf, dass das... Nicht matter. Na, super. Ja, ich halte eben den... Broken Leg. Ist das zu dem? Oh, mit dem Heber hier. Und... Und Eugen. Verlascht. 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 Oh Gott. Und... Der Leber und das Tor. 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 Weut nicht. Bam. Na, was noch? Was machst du da? Nein! Anni-Ladi. Und... ...kont. Der Boll ist dead. Der Boll. Hi. Das war mein... Das war mein kleiner Vorteil. Dass er bald dead war. Und... A big goal. Scheiß, die waren da. Ja, und das Eigentor... Das Eigentor... Das wäre ja zu witzig jetzt. Ich kann... Ich bin hier frozen. Du bist gefrozen. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Liebe Freunde. Ist das geil. Ein Finale der extra... Und nein, 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 nein. Ja, das war's. Epsi, Niklas hat gewonnen. Und... Zurecht. Verdient. Naja, also... Da war letztlich Zeit. Da müssen wir uns das nochmal alles angucken, um zu entscheiden, ob das jetzt verdient war oder nicht. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Noch was zu sagen? Ja, liken, favorisieren, ne? Und abonnieren. Abonnieren nicht vergessen. Kommentieren. Schreibt uns immer schöne neue behinderte Spiele in die Kommentare. Und bis dahin würde ich sagen. Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.